was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren black ops 4 video auf meinem kanal danke dass du wieder eingeschalten hast heute geht es um die switchblade und zwar habe ich level 100 erreicht im battle pass raubüberfall battle pass operation raubüberfall sorry so rum und ja ganz kurz sieht man am anfang dass ich die waffe eingestellt habe ich hatte nicht viele aufsätze ich habe sie auch nicht viel gezockt aber danach habe ich auf jeden fall dicke gameplays für euch zwei sind insgesamt und ja ich wünsche euch einfach viel spaß diese waffe ist richtig op probiert es einfach selber aus ich kann ja kann nicht viel dazu sagen die waffe ist gut mit schnell feuer schnell ziehen und magazinerweiterung und magazinerweiterung braucht ihr auf jeden fall könnt ihr auch ein plünderer paket mitnehmen damit ihr auch schön über die leichten rutschen könnt oder keine ahnung halt die plünderer pakete aufheben können sobald ihr sobald die gegner down sind und ja ich wünsche euch einfach viel spaß mit diesem video ich bin jetzt ruhig ich bin marek viel spaß habt noch einen schönen tag euer escobar und peace unser taktik einstiegsbanker ist offline wir haben die kontrolle über und Was ist das? 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 Ich bin bereit Die Paket wurde zerstört Hellstorm wartet auf Einsatz Drohnentrupp wartet auf Befehle Transferiere Drohnenschwarmkontrolle Drohnenschwarmkontrolle Doppelabschuss Milch Abgekloppt 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020